Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die Gardena Schlauchbox Montage durchführen und somit natürlich auch die Roll-Up Schlauchtrommel richtig an unserer Wand befestigen können. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir haben bei uns draußen einen Wasserhahn und da möchte ich jetzt auch diese Schlauchtrommel mal relativ mittig daneben an die Fassade festmachen. Zuerst mal sollten wir das Ganze natürlich ordentlich auspacken und auch das Befestigungsmaterial anschauen, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Danach können wir die Box auch schon mal an die gewünschte Position halten, gerne natürlich auch mit einer zweiten Person und sollten darauf achten, dass wir mit dieser nicht irgendwo zum Beispiel an dem Wasserhahn vorne immer hinstoßen. Auch sollten wir am besten mit einem einfachen Bleibstift mal hier oben bei unserer Halterung noch eine Markierung machen und natürlich auch in der Mitte, dass wir danach wissen, wo genau diese Halterung ist. Diese Befestigungsschraube auf der Unterseite einmal komplett gegen den Uhrzeiger sind lösen. Können Sie gerne auch noch ein Stück drin lassen, dass wir sie natürlich nicht verlieren und danach einfach mal die Schlauchtrommel von der Halterung abziehen. Die Halterung bei unserer Markierung nochmal richtig ansetzen, dass auf jeden Fall die beiden Löcher oben sind und das einzelne Loch nach unten schaut. Und dann hier vorne am besten einfach mal noch eine kleine Wasserwaage auflegen. Das Ganze natürlich schön ausrichten. Und wir können unsere Bohrlöcher auch schon mit einem Bleistift am besten markieren. Bei meinem Modell muss ich anschließend mit einem 8er Steinbohrer mal in die Fassade hineinbohren. Unsere drei Dübel mit einem einfachen Hammer hineinklopfen. Die Halterung hinhalten und mit unserem passenden Schrauben natürlich den entsprechenden Beilagscheiben schon mal per Hand das Ganze fixieren. Und mit dem passenden Schlüssel bzw. einer Ratsche festdrehen. Bei mir macht es auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck, weswegen ich auch meine Schlauchbox von oben schon wieder hier hineinsetzen kann. Und meine Befestigungsschraube wieder ganz im Uhrzeigersinn einmal reindrehen, dass danach die Schlauchtrommel auch nicht aus Versehen wieder nach oben rausgenommen werden kann. Unsere Anschlüsse können wir dann auch schon richtig anbringen. Hierfür das Teil zum Gießen einfach mal hier oben hineingeben und unseren Anschlussschlauch natürlich bei dem entsprechenden Wasserhahn. Und danach, wenn hier vorne das Ganze auch zu ist, können wir normalerweise auch schon mit gutem Gewissen einmal das Wasser aufdrehen. Falls ein Anschlussschlauch übrigens etwas zu kurz sein sollte, da habe ich auch schon ein extra Video, wie man diesen verlängern bzw. richtig kürzen kann. Ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus. Der Schlauch lässt sich auch ordentlich ausräumen. Das Ganze bleibt hier hängen und Wasser kommt bei mir vorne auch raus. Danach natürlich gerne auch noch überprüfen, ob das Ganze überall auch bei unseren Anschlüssen hier vorne dicht ist. Da kann übrigens auch noch etwas Luft aus dem Schlauch am Anfang rauskommen. Und somit haben wir dann auch schon so eine Gardena Schlauchbox richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause übrigens auch eine Schlauchbox in den verschiedensten Varianten, passende Bohrer oder natürlich auch so einen hochwertigen Akkubohrhammer zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken oder kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.